Ihr seid gewarnt, verdabt auch mal! Wie wär's denn hier? Ich schieb mir's voranfassend hin. Okay. Schieb! Oh! Wer weiß jetzt, wo wär's jetzt wer? Da, der ist, du Schmuchtel! Wer ist jetzt die Schmuchtel? Der wird aber Schmuchtel. So, ich wechsel kurz. Naja, pick dich! Ja, ja, pick dich! Ja, du Pussi! Deine Mutter! Ja, du ist die Pussi! Nein, du bist die Pussi! Oh, necrophantasia! Sie vertragen sich wie Brüder! Das sind wir bei Justin! Brüder keiten sich andauernd an, man sieht mich an meinem Bruder, von daher ja! Bruder macht ein Bullshit, der wird sich mit Taschentüchern ab zu hart, dass der... Boah! Boah! Schaut auch nicht jeder! Die sind voll schwer zu hochzureden und so! Da bricht dir der komplette Arm! Na, Brutzoos Teil ist, äh, Ranz Teil der Beste bei Taiko! Ja! 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 Heute ist ein Feiertag! Ja! Vielen Dank! Ja, morgen kommt doch vielleicht! Tschüss, die Map ist so lange, ich könnte sogar noch Wolf aufholen! Wenn ich mich extrem, äh, wenn ich mich extrem froh anstelle und Wolf extrem scheiße! Na, Wot, wenn Wolf jetzt gar nichts mehr kriegt und nicht alles! Also neicht! Verdammt Auge! Oh, Einwand spielen war gerade angesprochen! Ja, geht ja hier gerade! Ich be wahnsinnig, ich wollte die Speedaste nicht! Da tue 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 tue! Schau, dass das Prison River Orchester hier nicht vorkommt! in kein Spiel bin ich so paranoid. Ich mach da wirklich immer meine Hand auf die Speed-Taste. Oh Gott, ich merk mir keine Augen langsam zufallen. Ja, dann auch. Aha, bitte. Das sieht aber, weil ich die ganze Zeit ohne zu blinzeln auch richtig stache, die von oben aus dem Nichts runterfallen. Ich schau mal unten auch mal mit denen. Auf deiner Eier. Genau. Was nur Ding gesagt, was nichts Genaues gesagt. Ich hab's ja nicht aufgeschrieben. Jaja, die Größe. Ich hab' Spaß dran, oder? Ich hab' Spaß. Schicke. 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 Ich komm' einfach nicht auf den S in dieser Map. Ich schaff' sie von 90 Prozent, oder? So, mein Schaumbereich ist hart. Dankeschön. Bitte. Genau das wollen wir wissen. Genau. Also... Ich weiß gar nicht, da wo euer Problem ist. Also, ich fand dieses Ereignis extremst erotisch. Also, ne? Hey, Mann, ey. Bist du gut drauf? Bist du ja noch mein Livestream? Oh, Chuck, Stürme. Oh, ich krieg' schon nach. Und Ron hat angefangen, die Highlights zusammen zu posten. Also, dieses Erlebnis war extremst awesome, dass ihr das mitkriegt habt. Das ist doch ein großes Problem, aber... Ich hab' diese jungen Leute heutzutage. Ja, da stimme ich dir total zu. Ich bin jetzt heute so... Haltig kleine, kiddo. Das ist doch du zu mir. Hm, wer von uns beiden ist gerade drei... Ach, ne, 14 bis jetzt. Ha! Bitch, in your face! 19... I don't care. You're an old egg. I don't want to be an old egg. I just don't want to... Oh, da, you got an old egg! A old egg! Your mom! Okay, es ist ein Problem zwischen ihr und dir. Ich halte mich da raus. Warum? Nein. Ich hasse auf Taiko Ayas Stelle in diesem... Ähm... Lied. Also, jetzt... Käst du Lied? Okay, ist gut. Aber... Die ist so scheiße in... Taiko. Okay. Drei Fälle geschafft. Drei Fälle. Drei Fälle. Drei Fälle. Drei Fälle. Drei Fälle. Das ist echt krank. Es ist wie spät? 5.15 Uhr. Und 5... 5.15 Uhr. Und wir spielen gerade... Toe Nonstop Medley. Toe Medley. Ja! Das geht Whate. Da ich der Läste so ein bisschen... Wo es man kann, ich mir doch 500 Euro kommen... Naja! In078ую trusted dubliger ride gelten.... die Haft der Hundertprozenten mit alle Art als spielen der ist erst mal wo ich um so gespielt habe es erst in den Lied er weist und drei Minuten da nur in 30 Quatsch eine Stunde habe ich dich gehalten da wird einfach nur noch gemessen wie um ob die Leute mehr aufhören dass die die erledigt werden auf uns aber nicht das ist ja so ich werde dann einfach das Staufen lassen mit dem Rokino meine PS3 hat schmeißt mir noch eine Stunde bald kann sie die PS3 dann auch an den Beispiel du kannst mir jetzt echt so gucken und spielen dann so während der der Mac Ray fail äh Entschuldigung Spiel da hast du da nicht das weißt du so lange bis Devil May Cry 5 rauskommt was du dir nie käufst dann habt du schon gefehlt das hat ja nicht so gut wie guter in Devil May Cry 3 und 4 ist Devil May Cry 3 ist wirklich ein großer Akten 4 ist ein bisschen schwerer als unser Ding ne 4 ist viel leichter finde ich aus Devil May Cry 3 wieso ich fand 3 ich fand 3 scheiße wegen Virgil aber ich hab's halt aufgemacht er hat so eine Frage wer er was er ist die Schwierigkeitsgabe in der Mac Ray ähm Dantemar Style und das hast du gespielt ja jeder spielt Dantemar Style ja ja und außerdem ich finde das so gelb wo Virgil den Wissenschaftler die Stiefel der Plaut in den Händen Dantemar 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 ich habe das Gefühl wie sie sich lange und gehörnerin von meinen Gehörner abfällt und so Köln Dantemar Dantemar das schön ist man merkt wirklich wie man während diesem Lied immer besser und besser wird rein terror-thetisch und immer müde und müde aber ich muss das ja mit Like spielen rein terror-thetisch könnte ich Saints Row rein theoretisch könntest du einfach aber du bist einfach nur zu faul und das alles nach hoch von anderen zu rendern habe ich einen Grabber ah nein hat Sintex einen Grabber holst du dir einen Grabber nein Sintex hat keinen Gute Possen wieder online ja Gute Possen galt also ihr seid immer noch nicht fertig Nope Nope fast letztes Lied so, ihr trägt den Foxen wir sind noch nicht fertig letztes Lied ja toll, ja, ist mir egal ich geh jetzt, Ben, auf jeden Fall ja, ich geh auch noch bald ich will noch gegen 2.2 2.2 spielen ich wünsche euch noch ne schöne, gute morgen naja, nachten lassen, Kommentator bis dann, ciao, ciao schrieb euch alle ja, wir lieben dich nicht doch, ich lieb Chuck ich lieb Chuck hau kich de feise Don der Tag ist online, in Köln ein Aufwand zu schleien ok der aber in der erste Don seine Familie ist Mr. Forrest man wendet sich nicht man wendet sich nicht gegen Familie ja, man wendet sich nicht gegen Familie ja, das ist schön, dass Hamachi sich einfach äh gegen die Familie wendet ne ja, so ähnlich es öffnet sich macht sich an aber schließt sich dann wieder das mach ich doch auch immer, aber es geht zu denen äh warte so dann öffne ich kurz Turo 12.3 damit schon alles vorbereitet ist wenn Grey der homo mal endlich fertig ist wenn das so dann hat das ist halt ein bisschen länger aber das schlafen lohnt sich ja eng weil so plötzlich kackt mein internet ab ey wie geil ey ich hasse meinen Laptop mein Laptop ist schneller aber ok 94,53% bei 25 Minuten yes 98,41 so ein Moment ich bin ne Sekunde weg ich muss kurz boah schau wie früh ich dich eingefangen hab echt 410 412 2 266 und 3500 266 und die 261 daneben ich hab nur 48 daneben so Leute das war's dann mit uns nen kleinen Ozu morgen wir haben jetzt von 3 bis 5 Ozu gezockt oh shut up bitch ja vielleicht machen wir es irgendwann nochmal aber ich weiß nicht ach so verbringt Gentleman so Zeit habt ihr noch eh welche letzten Wort an die Zuschauer ja ähm abonniert mich ja du bist scheiße ja du bist scheiße scheiß der Tutorial nein äh ich hoffe es hat euch gefallen und der abonniert nur Grey ja und kauft euch nie ne Wokken aufgenommen das wird drüber lustig aber währenddessen genau kommen die alle ja auf meinen Kanal aber das ist Werbung grade für mich also da tschüss liebe Leute tschüss